Grüß euch liebe Ganoven Bücher und Stritze Freunde. Ganz kurzes Informationsvideo. Grundsätzlich habe ich auch gesagt, 18 Uhr gibt es die Daily Dose of Music. 20 Uhr bin ich jeden Tag auf Twitch live. Ich werde das jetzt ändern. So, einfach kurzfristig, weil erstens einmal, weil ja doch noch einige Leute arbeiten sind um 18 Uhr, so Supermärkte haben offen, die kommen dann nach Hause um 19.30 Uhr, 20 Uhr. So, wäre schön, wenn die dann gleich dabei sein können. Das Zweite, was ich mitgekriegt habe, ist, dass dieser Lockdown ja eh, also, was soll ich sagen, die Leute sind nicht wirklich daheim. Es ist nicht so, dass man sagt, die Leute sind daheim und freuen sich ja wegen der Tagesöhebung. Die Leute sind nicht wirklich daheim. Nichtsdestoweniger Daily Dose of Music sehen wir durch, natürlich, bis auf Weiteres. Ganz klare Sache. Nur halt eben um 20 Uhr. Und jeden Tag um 21 Uhr gibt es dann den Livestream auf Twitch. So, das ist einmal der Plan. Heute Abend nicht. Heute habe ich Aufnahmen zu machen, aber nichtsdestoweniger werde ich noch live kommen. Bisschen später, 22 Uhr vielleicht. Vielleicht am Mitternachtstream. Ich komme über heute noch live. Es gibt ein paar Sachen zum Ausschauen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, Daily Dose of Music ab heute schon um 20 Uhr. Jeden Tag um 20 Uhr. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Bravd oder im Chat dabei. Ich bin ab 3 Viertel 20 Uhr immer schon da. Und ja, Quatsch ein bisschen mit euch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns lesen. Und ja, 21 Uhr dann auf Twitch drüben. So, bis dahin. Kanal abonnieren nicht vergessen. Ich küsse euch eure Herzen. Grüß euch.